Hallo, verbrellte Ritter der Gerechtigkeit! Herzlich Willkommen zurück zu Star Wars The Republic! Ein bisschen mehr Indusiasmus bitte, meine Teamkollegin. Ja, wir sind hier in der vorletzten Folge des Jahres 2021. Wenn wir das hier aufzeichnen, haben wir die Bundeswachswahl hinter uns, aber noch keine Regierung. Die Bundeswachswahl. Was? Entschuldigung. Hey. Es wird dir auffallen später. Okay. Habe ich mich etwa versprochen? Ja. Muss man sich gleich lustig machen, ich verstehe schon. Immer auf dich, immer auf dich Behinderten. Du weißt doch, ich muss jeden Fehler anmerken. Die wenigen, die passieren, muss man nutzen. Ich verstehe schon. Ja, sonst hast du ja keine andere Fläche, das geht nicht. Scheiße. Waren wir hier schon mal drin? Wenn man mit einem Perfektionisten aufnimmt. Das ist einfach eine Standardhöhle. Ich wollte gerade sagen, es sieht hier einfach nur jede Fabrik gleich aus. So sieht hier bei der, wie heißt es, bei der Weekly auf Hutter aus. Nene, auch auf Quest schon ein. Ja klar, es ist ja alles Huttenwelt. Aber ich meine nur, auf Hutter sieht das auch so aus. Was war das jetzt da hinten? Eine Kiste. Okay. Was ist das mit dir? Das war die Bonus. Ja. Hat für mich auch gezählt. Glaub ich. Sehr gut. Eins von acht. Oh, da ist ein Aufzug. Ja, da müssen wir auch hin, oder? Ja. Ja, wir haben jetzt glaube ich schon wie lange wieder nicht? Vier Wochen? Gott. Fünf? Vier Wochen bestimmt. Das war jetzt eine sehr lange Pause. Halt, da hinten ist noch eine Kiste. Echt? Ah, gut versteckt. Na gut, weil von der anderen Seite kommt nicht, aber... Vielleicht sind da oben auch welche. Vielleicht sind da oben auch welche. Du bist noch da, bist ja nicht runtergefahren. Nein, ich bleib doch bei dir. Na, gucken wir doch mal. Da oben welche sind. Vielleicht müssen wir sowieso noch da hoch irgendwann. Ne, da sind keine. Frechheit. Doch, da hinten ist eine. Ja, aber ich glaube, die haben bestimmt mehr hingestellt, oder? Ja, aber ob sich die eine rentiert. Die haben unten bestimmt mehr hingestellt, als nur die acht, die wir brauchen. Hoffen wir es mal. Wenn nicht, schließt sich die Mission ja nicht von alleine ab. Ja, genau. Wir haben uns so lange nicht mehr aufgenommen und haben uns gedacht, ach komm, jetzt nehmen wir mal die letzten zwei Folgen für dieses Jahr noch auf. Und dann machen wir irgendwann im November oder so weiter. Heute ist immer noch der 30. September, also. Es hieß ja, wir nehmen im Oktober nicht auf, ne? Haben wir vereinbart. Genau. Da haben wir es ja genau geschafft. Wie ich heute feststellen musste, es ist ja noch September. Ja. Oh, warte, 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 warte. Ah, ne, ich glaube, das geht aus der Position nicht. Hat er, warte, du da da? Und das steht da unten. Ja, dann pult er halt ein bisschen. Das ist auch das Standard-Ding aus Hutter. Diese Höhle, das ist einfach die beiden Dings kombiniert. Das ist die, wo man diese Fahrt gar, äh, Sicherheitstüten da machen muss, oder? Ja. Naja, Hutter haben halt keinen Stil. Zusammenprall mit dem Kartell 150 Gegner besiegt. Ui! Ich war noch nicht, ich war noch nicht oft auf Hutter scheinbar. Äh, auf Crash meine ich. So, was hast du da alles jetzt gepult? Weil ich das hier da runter, da runtergeschubst. Das hört gar nicht mehr auf. Das sind nur zwei. Ja, 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 ja. Aber hier oben ist auch noch was. Dahinten ist auch noch ne Kiste. Ja, hier oben auch. Ist das, was ich hasse, wenn die ganze Zeit nur so... Akavi ist bald hoch? Silberne rumstehen. Naja, wenn sie nicht hochkommt, dann kann ich sie auch nicht heilen. Wow. Hast du das gehört, Akavi? Naja, dann soll sie halt herkommen. Hör nicht hin, was diese... Die ist wieder nicht sichtbar. Was dieser Pseudo-Arzt sagt. Ich weiß leider nicht mal wo sie, wo sind die? painters? Ja, ignoriert sie einfach. Nur weil sie in Sabrak ist. Ich verstehe schon. Naja, ich weiß. Wir beide wissen, von was wir sprechen. Schwa, Akavi. Er geht ja mit mir auch nicht besser um. Tuh, hast du eigentlich schon das schockierende bild gesehen ist nicht spoilern also nicht für die leute halt wollen wir erst nach unten das ding machen wir müssen eh noch eine ich weiß ich ob wir halt generell noch runter müssen aber ja ich brauche noch zwei kisten oder zwei kisten und einen droiden ach so das stimmt das muss ich ja das war ein sehr schockierendes bild sagen dass bisher der wusste nicht so angesprochen hat aber also das was ich gesehen habe von den cover nicht von den covern und auch schon kommt und am recht gesehen habe von der vorschau das ist das spricht nicht so wirklich an ich fand es aber eine gute ausgabe der stürze zu verglichen mit dem paar sachen die wir bei der hauptreihe hat ja ja der rückblick jetzt schon aber das was dann in der gegenwart da passiert also soweit habe ich noch nicht geschaut ich lese das immer gerne am stück ich mag keine leseproben ich habe nur das ich habe nur das ist war nur glaube ich der untere teil von der von der seite oder so ja es war ja nur fünf seiten habe dasselbe die vorschau gepostet da waren fünf seiten siehst du ich habe nur die ersten zwei seiten das war noch zwei seiten jetzt quasi ganz viel text und so wahrscheinlich diese sehr gute oder so eingeführt wird das hat das fand ich mir vielleicht sieht es aber auch einfach nur hässlich aus ne vom stil her also fand ich das nicht so ganz so hervorkommen naja aber ich bin mal gespannt ja ich auch wir reden übrigens von trail of shadows in einer comic mini reihe zur high republic die wenn das hier rauskommt tatsächlich läuft weil jeder monat ab oktober eine ausgabe kommt fünf sinds im april kommt dann marvel sammelband und auf deutsch bestimmt auch irgendwann als panini sonderband dann so wo darf es hingehen einfach zur tür raus oder was ich kann mich halt auch null erinnern ja wir müssen jetzt zu dem major zurück an alle möglichen missionen die wir hier machen mussten major tom ne der ist im all ground control wo sind überhaupt wer ich dachte wir sollen die eskortieren die sind schon wieder verschwunden undankbar hat das budgetig gereicht ja weiß nicht was heute mit meinem hals los ist die raffensyndrom ja morgen ist wieder pen and paper ultra core auch geil nicht so geil wie modern männer aber geil so wo müssen wir hin also ich muss sagen wir müssen nach unten beide theoretisch ich muss allerdings auch nach oben du musst nach oben und ich muss nach unten ja wir gehen mal zum kriegs außen posten kleider machen da erst mal weiter weil ich glaube ich muss ja schon wieder zurück steht ja kehrig bei mir zu kämpfen os ist ossig zurück also den mussten ja diese diese ich glaube lande plattform dings da oder sowas irgendwas zerstören damit ich damit ich meine neue flotte werden können oder ganz sicher bin ich mir da auch nicht mehr wer weiß das schon noch es ist doch nicht mehr wer weiß das ist doch die designs vom einsatzgruppe nova jetzt oder diesen querstreifen von was die flaggen lieder hängen also nicht die standard republikanischen flaggen welche welche hinter dir vielleicht also vielleicht haben sie versehentlich die kompletten dinge ersetzt weiß glaube ich nicht gute arbeit in der fabrik meine männer vertreiben gerade noch die letzten droiden ich glaube ihm gut sind vertrauenswürdig ich bin der einzige mensch ich gehe davon aus dass es einen plan gibt moff drayson verschanzt sich in einem stark befestigten palast euer stoßtrupp muss sich einen weg hineinbahnen zu drayson gelangen und ihn herbringen am besten lebendig das mache ich mit verbundenen augen zum glück sind wir zu zweit und dann Ich kann einen Eingang abdecken, Major. Übernehmen eure Leute den anderen? Ich bezweifle, dass meine Kommandosoldaten es lebendig durch den Vordereingang schaffen. Ja, das geht doch einfach durchs Giftgas. Achso. Hm. Ich habe mehr Chancen, es durch den Vordereingang zu schaffen, als... Gewinnt eh mehr der Gute, von daher ist es scheißegal, was ich nehme. Ich gehe eredelt von euch. Machst du dich über meine Werte lustig? Wollt schon immer mal durch die Gloire gestarfen. Ich werde euch hier treffen, wenn die Mission abgeschlossen ist. Viel Glück. Die ganze Republik hofft auf euren Erfolg. Bla, bla, bla. Moff Jason. Da könnt ihr lesen, Moff Jason ist sowohl ein umsichtiger Kommandant, bla, bla, bla. Das ist bestimmt ein ganz netter Kerl und wir killen ihn einfach, ohne vorher zu fragen, was er eigentlich will. Vielleicht hat er ja eigentlich... Vielleicht hat er ja noble Ansichten. Oder... 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 oder Ziele. Muss ja nicht jeder so korrupt sein wie du. Ich? Ja, du. Wer ist denn hier der Korrupte? Jetzt mal ganz ehrlich, über wen wird Protokoll geführt, hä? Über mich oder dich, wenn du immer das Bestechungsgeld annimmst, was ich für uns raushandle. Typ! Bei mir ist das gehört zum Geschäft. Du nimmst es aber trotzdem an. Das ist eine Mission. Wo? Da, dieser dezent gekleidete Mensch. Äh, äh. Was ist das? Biff. Will er uns jetzt die Collectors Edition verkaufen? Das sieht doch so aus, oder? Mhm. Auf der Schlotte. Hinter Händen. Selbsthilfe ist wohl nicht angesagt, was? Guck ihn dir doch an. Ach, Itho, ja. Ich sag auch noch Biff und du sagst noch hm. Dann sieht man, wie lange ich mich für nichts mehr nachgeschaut habe. Was richten die Imperialen denn so Schlimmes an? Ah, Endlagersuche. Ach, ich weiß schon, was du willst. Was ist meine Aufgabe? Oh nein! Tut mir leid. Glaube ich dir nicht. Hm. Ja, oui. So. Ja, ist jetzt alles dahinten. Okay. Ich hoffe mal, dass ich nicht nochmal rindern muss, ne? Das ist halt jetzt die Frage. Wollen wir... Dann müssen wir halt nochmal laufen. Ja, oder wollen wir erstmal zurück zu mir zur Sicherheit? Ja, dann teleportieren wir uns wieder hierhin. Wieder schnellreise. Na gut. Ja, ich meine nur zur Sicherheit, weil dann sind wir einmal da hinten. Ich fühle mich verarscht. Ich weiß nicht wieso, aber ich... Warum denn? We are one of a kind, no category, too many years left in this story. Also, damit wisst ihr wieder, was jetzt ansteht, musicalmäßig? Scheiß auf Hamilton. Wie sagte man bei Starkit einst, Hamilton, move over. There's a new star in town. Dafür, dass ich Musicals früher nicht leiden konnte, will ich sagen, abwürzieh mich. Ja, na. Thirsty as hell. Musicalthirst. Ja. Ist aber auch nicht leicht, Musicals zu leiden, wenn man in der Popkultur nur König der Löwen und Aladin kennt. Ja, das stimmt allerdings. Also, ich meine, es gibt ja auch originellere Sachen. Zum Glück. Und die findet man halt nicht so leicht. Zumal es ja bei uns in Deutschland leider kein gutes Angebot ist. Ja. Siehst du ja, wie lange Hamilton braucht, um nach Deutschland zu kommen, dann trauen sie sich noch nicht mal das auf Englisch zu machen. Ja, das war sowieso das von der Schande. Ja, ist, weiß ich nicht. Ja. Schleben wir, wie es wird, aber. Ich habe es jetzt auch an dem Lied gemerkt, was du mir heute verlinkt hast. So sehr sie sich bemüht haben und das haben sie ja, das merkt man. Es ist halt trotz allem, ich finde, es funktioniert einfach nicht vernünftig. Ja. Weil, wenn, dann musst du, dann musst du mehr abändern, weil die, die gleichen, die gleiche Anzahl, also, die gleiche Anzahl von Melodie, Takt, Deutsch reinzupressen in was, was vorher Englisch war. Genau, das ist halt die Befürchtung bei Hamilton, ne? Also, ich meine, das sind ja trotzdem Raps und so, die schnell sind. Oh ja. Ich meine, gut, Raps kannst du manchmal, da kannst du freier agieren, theoretisch. Das finde ich bei sowas wie You Will Be Found tatsächlich sehr viel schwieriger. Und da ist es für mich halt, wie ich es dir vorhin geschrieben habe, schon, du hast Found im Englischen, was halt sehr, was halt ein sehr offener Vokal ist. Und dann hast du im Deutschen Sehen. Das Sehen klingt so hell, schon vom Grundton. Ja. Und du hast auch noch Ge-Sehen. Hm. Als Wort, was sie dann halt singen. Ja. Also auch noch länger. Zwei Silbenquat. Naja. Hallo. Bin wieder da. Aber das erste Schiff unentdeckt rausschicken können. Ihr habt das System anscheinend wirklich lahmgelegt. Hm. Nach Taris überrascht mich das wenig. Er ist besser, als er aussieht. Hey. Dann stehe ich wohl in eurer Schuld. Was können wir für euch tun? Erst müssen wir natürlich diese Medizin nach Skastell liefern. Bargeld lacht ist eine Antwortmöglichkeit. Meldet euch bei Damas Polaran im Nirgendwo. Er wird euch meinen ersten Auftrag erklären. Von wegen. Da mach ich nicht mit. Unsere Arbeit hier ist wichtig. Wenn wir ihnen keine Medizin bringen, könnten tausende von Republikanern... Das hab ich doch gar nicht bestritten. Lass nur. Ich sehe schon, dass es keinen Zweck hat. Ne. Also das wollte ich ja... Der hat gesagt, wir müssen erst die Medizin. Danach hab ich gedacht, die arbeiten jetzt für mich. Danach. Und jetzt? Wow. Ich wollte gar nicht so arschig sein. Er ist besser, als er aussieht. Dann stehe ich wohl in eurer Schuld, Captain. Was können wir für euch tun? Erst müssen wir natürlich diese Medizin... Nämlich halt das Geld. Zuerst bezahlt ihr mich. Danach könnt ihr gern eure Wege ziehen. Einmal käuflich, immer käuflich. Dann transferiere ich den Betrag am besten gleich. Und fühle mich geehrt durch den Verlust. Ihr habt mir nichts vorgemacht, Captain. Ich werde das zu den Geschichten hinzufügen, die um euch kursieren. Ich wünsche euch einen guten Tag, Captain. Danke, Captain. Oskis. Osisk. Osik. Osik. Danke. Aber erwartet nicht, dass ich euch vertraue. Oh, das war alles okay. Tschüss, Beryl. Reise nach Rot. Na. Okay. Dann gehen wir wieder zum Kriegsaußenposten. Und dann gehen wir da. Schnurstrox weiter. Jawohl. Zicke, zicke, hüderkacke. Hey, hey, hey. Schauen wir, ob wir Quash noch schaffen heute. Ja, hoffentlich. So viel ist es ja nicht mehr. Von dieser roten Dampfwolke runter. Ja. Ja, an alle meine Zuschauer heute. Ich gebe wieder einen Buchtipp von Tobias, dem Buchtippgeber. Duku, der verlorene Jedi. Danke. Ich habe es nicht gelesen, von daher kann ich... Ne, du hast es immer noch nicht gehört, oder? Ne. Also, wenn du es lesen willst, würde ich dir auch das Deutsche empfehlen, auch wenn du wahrscheinlich nicht gerne auf Deutsch liest. Ja. Aber es gibt halt kein englischer Roman. Ja. Was ist denn das hier? Warum ist das blau? Das lautet blau. Ach, da müssen wir es machen. Ach, da müssen wir es... Ach, lass uns die da drüben machen, da sind gleich mehrere. Ja. Ich werde gewinnen. Ja, also wirklich... Du links, dich rechts. Ja, es gibt halt auf Deutsch nur... Ey, auf Englisch gibt es das Hörspiel quasi, Duku, The Shadow Lost. Und ein Skriptbuch, was halt eins zu eins die Geschichte nacherzählt. Jetzt haben sie halt auf Deutsch gesagt, okay, ich glaube nicht, dass das beim deutschen Publikum so gut ankommt. Also, denke ich mal, das ist die Überlegung von Blanc-Werleber, da einfach nur so ein Skriptbuch wie jetzt halt bei einem Theaterstück oder so zu haben, sondern haben halt einen Romankreis gemacht, das heißt halt die ganzen Gespräche und Regieanweisungen und so halt in Schilderungen und so verpackt. Und das ist immerhin 600, wie viel? 630 Seiten lang geworden. Also ein sehr dickes deutsches Buch. Ja. Gesundheit. Und, äh, aber meiner Meinung nach gut gelungen. Also, wenn man wirklich jetzt Deutschleser ist und nicht so sehr mit Hörspielen was anfangen kann, was ich tatsächlich auch nicht kann, also ich bin großer Hörbuch-Fan, aber kein Hörspiel-Fan, ähm, dann kann ich das empfehlen. Ich habe damals Duku, The Shadow Lost natürlich gehört. War jetzt auch nicht schlecht, aber ich habe da wirklich zwei Wochen dafür gebraucht, weil ich halt nicht so lange am Stück mich konzentrieren kann, wenn ich was höre. Aber gerade bei Star Wars will man halt die Story immer genau mitkriegen, ne? Deswegen war das ein bisschen problematisch. Aber als Human jetzt, habe ich ein Wochenende gebraucht, dann war das Ding. Ja, ja. Gut. Jeden Tag eine Seite verschwört. Was? Moment. Moment. Laufen wir nicht davon. Ich muss hier irgendwo auch rein. Ich weiß ja nicht, wohin muss. Da, ja. Ich muss jetzt alles Mögliche hier kaputt machen. Die Menschen auch? Äh, 20. Wolltest du nicht ihr Alter wissen? Wolltest du nicht ihr Alter wissen? Wolltest du nicht irgendwie irgendwas? Ja, 20 von ihnen. Ja, ja, ist schon gut. Diese jungen Kadetten bringt es wieder alle um. Aber ist ja egal. Welcher Kadett? Ne, hier der imperiale Kommando-Offizier-Kadett zum Beispiel. Oder hier der... Was sind noch keine Kadetten? Ja, aber das sind alles junge Leute, das sieht man doch. Und du nicht? Weil wir leben noch vor sich. Und du bist alt, oder? Und du schießt einfach auf sie drauf. Kann man nur so herzlos sein. Ich bin nicht einfach nur, wenn man abzutritt. Sag doch mal einer, Videospieler, was passiert eigentlich? Hahaha. Bin sehr enttäuscht von dir. Lass mich vorgehen, ich rede das mal mit denen, okay? Vielleicht geben die auf. Hallo. So, also pass auf. Wir haben jetzt hier überlegt, wenn wir jetzt hier ganz... Ja. Wow. Du lässt mich ja nicht mal versuchen, mit denen zu reden. Ja. Ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Der ist schon vor... Der ist schon vor Trauer im Boden versunken. Aua. Dö. So, jetzt lass mich mal vorgehen. Mensch. Also, die haben wir über... Da, guck mal, da ist ein Elite. Der hat bestimmt was zu sagen. Der ist bestimmt reasonable. Guten Tag. Also, folgendes. Ich könnte jetzt sagen, ich hab's dir ja gesagt, aber... Ich hab's dir ja gesagt. Vielleicht sehen wir einfach zu bedrohlich aus. Vielleicht müssen wir die Waffen ablegen. Ich hab's dir ja gesagt. Bestimmt. Also, ich find's auf jeden Fall nicht gut, was wir hier machen. Warte mal. Warte mal. Ah, hier ist das Ding. Ich find Diplomatie ist ein guter Weg eigentlich. Und, äh... Vielleicht hätten die uns ja auch bezahlt. Wenn wir sie nicht unbedingt... Nein. Wir hätten ihr Taschengeld zusammengekratzt, die uns sollt. Ihr Dietzer, oder? Oh. Hätten wir überhaupt töten müssen? Ja. Du musst da durch. Du musst noch weiter runter. Stimmt, da geht's weiter. Ich dachte, hier ist Wand. Oh, hübsch hier. Hallo. Weißt du, was nervig ist? Die zählen alle nicht für den Erfolg. Das ist schade. Auch der Goldene nicht. Was musst du jetzt hier tun? Ich muss noch das, äh, die Kommandozentrale zerstören. Hinter dem. Der, mit dem wir so schön geredet haben, meinst du? Hier kommt mein Zorn. Oh. Da ist schon Akavi bei der... bei der Hasskampagne mit. Wir haben den Aufzug. Um den Bunker zu verlassen. Ja, Akavi ist auf meiner Seite, siehste. Hier sieht das so wie ich. Mhm. Nee, seitdem ich damals die Wollsocken geklöppelt hab, find ich gewaltig nicht mehr gut. Oh, ich muss meinen Holocom... Stopp, ich muss meinen Holocom benutzen. Ja, mach doch, da hör ich's doch. Chaos? Ihr ist Coria mit den Tresorknackern. Wir haben die Pause, die wir brauchen. Du weißt jetzt Chaos? Wir ziehen uns also zurück. Ich weiß nicht, was ihr da macht, aber die Imperialen mögen es nicht. Ihr werdet schon bald jede Menge Gesellschaft haben. Ihr solltet euch sofort zurückziehen. Over. Wir kommen sofort zum Stützpunkt. Verstanden. Wir sehen uns zu Hause. Coria Ende. Coria... Jetzt müssen wir entkommen. Oh, das klingt böse. Ja. Dafür sind jetzt wahrscheinlich die ganzen Dinge da vorne, die Kisten. Kommt jetzt da was rein? Ansonsten sind die hier irgendwie ziemlich sinnlos. Das war jetzt schwer, hier rauszukommen. Ja, ne? Kehre zu Major Donovan zurück. Major Tom. Achso, den jetzt hatte ich schon. Vom Torstuhl müssen wir durch das vordere Tor. Ich hab mir ja gesagt. Obwohl ich hinten rein wollte. No pun intended. Hinten rein. Ich hab's doch schnell genug gesagt. No pun intended. So. Oh, hier ist aber ganz schön was los. Wo ist denn sowas? Oh, warte mal. Was? Abbasco. Abbasco. Huch, das war der falsche Kraft. Lustiger Abschaum hat es nicht anders verdient. Was sagt jemand, wenn Tabasco zu scharf ist? Weiß ich nicht. Oh, warte mal. Abbasco. Was? Lass mich den Stimmer töten. Weil der zählt. Der zählt. Ja. Der war bestimmt auch in der Schule. Ja, es zählen so wenige Silberstern. Wen können wir jetzt nicht hier alle umbringen? Kommt, wir haben ja nie ans Ziel. Ich muss den ganzen Ballast jetzt auslöschen. Wobei die zählen. Na ja. Nix, na ja. Was ist denn der Kiste? Wow. Da sind ja so sinnvolle Sachen drin, wie ein Dings, den keiner mehr braucht. Das ist sowieso auch geil, dass wir das nie geupdatet haben. Wertgürtel von Wert 78. Stufe 35. Danke auch. Oh, ist sicherlich sehr netzlich. Bist'n jetzt schon wieder? Ich hab doch schon längst getötet. Ja, ja. Ich hab schon wieder aus den Augen verloren. Muss aufpassen, wo du hingehst. Guck, jetzt hab ich die Gamorana-Karbatel-Wachen angekriegt. Die Gamorana haben hast du aber jetzt gepullt. Ja, weil ich geguckt hab, wo du bist. Hab so'n Schlenker gemacht und dann ziehen wir mich an. Ja, ja. Really a full-cross-altar. So, ähm. Müssen wir jetzt in den Haupteingang? So, aber ein schöner Vorhof hier. Ist das groß, ne? Ja. Na, für den Hutten reicht's. Das war jetzt ganz schön frech. Wieso? Schämst du den Hutten? Ja, ja. Machst dich über, über die... Minderheiten lustig. Minderheiten. Na ja, Hutten sind keine Minderheiten. Nicht? Ja, zahlenmäßig wahrscheinlich schon, oder? So wie Hutten gibt's doch gar nicht. Ja. Geh weg. Wird übrigens schade, dass ich in The Mandalorian nicht alles um Hutten-Baby-Blebe wie in The Clone Wars Film. Ha. Wo wir mal irgendwann noch ein Teenage-Rotter sehen werden. Oh, bitte nicht. So, für die Sequels dann. Vielleicht... Ja, den siehst du dann bei Pop of Pop of Set. Ja, ich wollt grad sagen. Das ist ja auch bald so weit, wenn wir hier aufnehmen, ne? 29. Dezember geht's los. Ja. Also, ja, quasi irgendwann jetzt in dem Dunstkreis dieser Folge. Die kommen am 18. oder so. Ich möchte nur kurz... Jetzt. Das wär geil. Das wär echt geil. Weil, ich mein, er ist Vater, ne? Und er ist ja Kanon-Rotter. Also, jetzt... War auch vielleicht ursprünglich mal nur ne dumme Idee, aber... Chabba war ja schließlich der Vater davon. Und er ist tot. Und vielleicht... Vielleicht will der Sohn... Ich weiß halt nicht, wie schnell Hutten altern, ne? Das ist alles Problem. Ja. Wie alt ist Chabba? Weißt du das ungefähr? Alt. Ja, das weiß ich. Das ist ja auch in High Republic. War er da auch schon? Nee. Oder? In High Republic? Nee, ich glaub nicht. Aber lebt der da schon? Oder? Ich glaub... Das könnte sein. Da könnte irgendwas gewesen sein. Wir dachten, der Major macht Witze, als er uns erzählte, dass ihr allein den Vordereingang übernimmt. Da erwartet uns sicher eine Menge Ärger. Dann lassen wir das Chaos mal beginnen. Ihr habt den Befehl gehört, Leute. Ausrücken. 600. Hm. Ja, 600 BBY, ja. Hab ich auch gerade gesehen. Weiß aber nicht, ob das noch Kanon ist, oder nicht? Ich glaube, das war Kanon. Okay. Ja, aber dann... Na gut, dann ist es vielleicht... Dann ist es wirklich so ein Yoda-Ding dann wahrscheinlich. Da sind ja wahrscheinlich nicht viel älter. Und die werden schnell... Ah, ist egal. Willkommen. Ich würde euch ja ein paar dieser ausgezeichneten Aufputscher anbieten, aber meine Krieger haben bereits alle aufgebraucht. Auf diesem Planeten gibt es genügend Aufputschmittel. Ich werde dem ein Ende machen. Ich hoffe, ihr erkennt, welche Ehre euch heute zuteil wurde. Ihr werdet eine zentrale Rolle in der Geschichte der Galaxis spielen. Euer Tod wird der letzte Schlag sein, der die Republik trifft. Und jetzt wird es Zeit, diese Sache zu beenden. Wie immer ein epischer Kampf. Glaubt ihr etwa, ihr habt gewonnen? Die Republik hat die Kontrolle über Quash verloren. All das war nur eine Falle. Und ihr Narren seid blindlings hineingetappt. Ihr wart nie stark oder tapfer genug, um das Imperium niederzustrecken. Und ihr werdet es auch nie sein. Käpt'n, fesselt diesen Mann und bringt ihn zum republikanischen Schulspunkt. Da hätte ich mich tatsächlich gefreut, wenn du gewonnen hättest. Ihr solltet weiter. General Corven wird im Kriegslager auf euren persönlichen Bericht warten. Aber das kommt davon, wenn man zu oft im zu langen Futter verweilt. Da redet man schon über die Lebensdauer von Hutten. Was ich noch sagen wollte, war, vielleicht altern die normal schnell. Und dann sind sie halt ewig lang erwachsen. So wie Joggle. Also, dass die halt ewig in dem Stadium sind. Und nicht, dass es sich wirklich auf die Lebensspanne, wie bei Yoda scheinbar, einfach aufteilt. Ich weiß schon, was du meinst. Die Tanks wurden zerstört. Tori na 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 tuta. Da ae te wano wanga na chuba. Die wano wanga blasto chi. Dann doch. Ach ja. Die haben einfach keine Zeit mehr, die Jugend von heute. Das ist nicht schlimm. So. Oh. Moin. Mysteriöser Sint. Das ist die Floor, oder? Achso, die anderen. Ja, die anderen. Sehr mysteriös. Was ist denn das? Kennen wir den? Den kennen wir nicht. Den kennen wir. Meine Güte. Ich hatte mit Ärger gerechnet, als der Kontakt zu Broga und Majotrik abgebrochen ist. Aber das hier habe ich nicht kommen sehen. Oh no na chatu. Ne tu tu Broga. Seid gegrüßt, General. Lord Magrass. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Sith in den Krieg eingreifen. Ihr seid sicher der Abschaum, von dem ich schon so viel gehört habe. Konntet ihr niemand Besseres finden, Corwin? Ihr habt mein tiefstes Mitgefühl. Sehe ich etwa traurig aus? Versucht's nochmal, Spinner. Ich muss euch zu meinem großen Bedauern mitteilen, dass euer verehrter Diener und Kriegsheld Majotrik die Seiten gewechselt hat. Hier steht mitten in seinem Werk. Er hat seine eigenen Soldaten umgebracht, um Broga zu mir zu bringen. Ich halte den Hutten in eurer ehemaligen Giftmine fest. Ein weiteres Geschenk von Majotrik. Warum werde ich immer noch vollgeschwatzt? Habe ich euch aufgebracht? Tut mir leid. Wollt ihr die zwei zurück? Dann kommt zur Mine und holt sie euch. Meine Tür steht immer offen. Nett. Das ist mein Fehler. Vielleicht können wir mit dem mal reden. Glaubt ihr, dass dieser Sith die Wahrheit sagt? Trik könnte auch ein Gefangener sein. Das würde die Lage nicht minder aussichtslos machen. Quash ist so gut wie verloren. Uns bleibt nur wenig Zeit, um wieder die Kontrolle zu erlangen, bevor das republikanische Kommando uns zurückbeordert. Wir müssen Lord Magrass aufhalten. Und wenn der Major sich gegen uns gestellt hat, müssen wir ihn zur Rechenschaft ziehen. Nur die Ruhe. Ich werde es schon nicht vermasseln. All unsere Hoffnungen ruhen jetzt auf euch. Danke. Findet Lord Magrass und Majotrik. Beendet diese Angelegenheit und rettet Broga, wenn möglich. Ich kehre zur Basis zurück und warte auf euren Bericht. Viel Glück. Ich passe auf, dass alles seine Richtigkeit hat. General. Ich passe auf, dass dieser Pseudo-Arzt hier nichts Falsches macht. Natürlich. Ne, da vertraut ihr nicht. Hast du gehört, ne? Er hat gesagt, ihr seid meine einzige Hoffnung. Dann hat er mit mir gesprochen. Lecherlich. Ich mit dir. Warte mal kurz, ich muss ein bisschen kurz, ich muss schnell mal zum Händler. Mich hat er gemeint. Mich! Mich ganz allein. Immer dieses aufmöglichen. Schmuggler. Melden Sie Ihre Beschwerden. Also das kann man jetzt weg. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Shake CP. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. So, ich bin bereit. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Du auch, Hakabi? Ja! Okay. Ich bin ein bisschen tief, aber... Bin gleich so weit. Glaube ich nicht. Ich muss nur den ganzen Schrott hier öffnen, damit das weg ist. Babeluba, the big bang boom. Babeluba, the big bang boom. Ist hier irgendwo ein Postfach? Ich habe noch einen Brief im Postfach, oder? Habe ich noch gar nicht mit der Menschheit geteilt. Lieutenant Danachs, Weiterleitung, Versetzungsantragsformular 4187. Commander Medins Bericht zufolge war der an der Sperrermission beteiligt. Könnt ihr irgendwelche Informationen zu diesem unerwarteten Antrag beisteuern? An Lieutenant Danachs, Personalabteilung von Commander Medin. Betreff Versetzungsantragsformular 4187. Abschnitt 1, Personalidentifikation, Name, Nachname, Medin, Cassius, Stufe oder Rang, Commander. Abschnitt 2, Dienststatusänderung. Ich beantrage folgende Änderung, Versetzung. Abschnitt 3, Anmerkungen. Ich habe das Gefühl, dass meine Anwesenheit auf Balmora eine ernste Bedrohung für den Enderfolg der Operation darstellt. Ein Bündnis aus republikanischen und lokalen Streitkräften an dem Planeten gesichert. Und das wäre der richtige Zeitpunkt für einen Kommandowechsel. Weitere Gründe für diesen Antrag finden sich in meinem Bericht über die gescheiterte Sperrerwaffenbergungsmission. Ja, dann versetzt sie ihn halt. Was geht mich das an? Äh, wollen wir jetzt nochmal das Spielchen spielen? Erst noch, dass wir kurz hochgehen, nicht dass ich dann nochmal runter muss. Glaube ich nicht. Oh, okay. Können wir aber machen, wenn du willst. Na. Doch. Republikanische Basis. Doch, ich poltermentiere mich jetzt. Ich sehe das gar nicht ein hier. Dann heißt es wieder, ich habe sie ja gesagt. So fangen wir gar nicht erst an. Puh. Puh, 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 pief, barf, hol du jo. Äh, ja. Ich würde mich gerne bewegen, das Spiel. Tja. Musst halt auch die Tastatur benutzen. Ja, nur wenn die Tastatur nicht reagiert. Scheint es an der Steuererzeug. Steuererinn zu liegen. Steuererinn. Mein Gott. Schiri. Oh. Danke. Großartiger Arbeit da draußen. Sind die Tresorknacker für euch da. Es ist so ein Glück. Es freut mich, auf eure Hilfe zählen zu können, Lieutenant. General Garza hat bereits Pläne für euch. Das habe ich auch gehört. Es wird mir eine Freude sein, wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Schon gut, schon gut. Wir sind hier nicht im Urlaub, Leute. Korea, bereitet eure Leute für den Transport vor. Es war mir eine Freude, Kim. Erstattet General Garza Bericht, bevor ihr abfliegt. Das war alles. Hab's dir ja gesagt. Ja. Dann können wir uns wenigstens von der Mine aus gleich auf unsere Raumschiffe fahren. Das ist wieder ein Argument. Aber wahrscheinlich nicht von der Mine aus. Weil wir bestimmt das nochmal abgeben müssen. Irgendwo mit Proga und den anderen Experten. Huiiii. Bumm. Übrigens zählen erst hier die starken Gegner. Das ist lächerlich. So eine Sauerei ist das. Also wir müssen den da angreifen. Ich wurde gerade von der Gruppe runtergeholt. Hm. Pladiar liegen. Für die Ehre. Was haben die mit den Getreidepflanzen? Hä? Hä? Was hat die mit so mit Getreidepflanzen wie gesagt. Wild, wild. Was hat sie gesagt für die Ehre? Halt. Ich fand den gut. Ich fand den gut. Wir müssen nachher schwachen verdienen für den Bonus gesiegen. Ich stehe doch immer dabei bei den Starken. Haben wir doch schon geschafft, die Bonus. Da sind zwei starker, guck mal. Ich hab das mal für den ersten der vier mehr. Zählen die überhaupt? Ja. Gut. Ich hab hier mal, ich hab hier mal gefarmt, aber halt auch nur bis 250, weil ich dann keinen Bock mehr hatte, weil das so wenige sind. Ich hab das sowieso noch nicht verstanden, warum man Erfolge verjagt. Also man kriegt ja nicht mal was dafür. Doch, manche schon. Ja, 20 Kartellmünzen. Ja? Was ja? 20 Kartellmünzen sind 20 Kartellmünzen. Ja, 20 Kartellmünzen, dann kannst du doch nicht mal irgendwas davon kaufen. Es läppert sich. Du kriegst den Monat 600. So viel kannst du nicht aus allen Erfolgen zusammen. Ich krieg den Monat 600. Ja, du nicht jetzt, aber. Ja, ja, ich nicht jetzt. Mann, als als du das gefarmt hast, hättest du das bestimmt bekommen. Mann. Ich wurde angegast. Hat jemand seine Fladulenzen? Oh, grünen Gas. Was auf mich? Nö. Warte für mich, warte für mich. Warte für mich. Oh, okay. Was? Impf den Benutzer. Ja. Das wurde gar nicht ausreichend getestet. Das ist ja richtig. Das ist ja ein Impfzwang. Die kann ich bestimmt gebrauchen. Sauerei. Also ich glaube ja, dass dieses Giftgas einfach nur eine Riesenmassen hysterie ist. Hier unten ist doch gar nichts faul. Nein, nein. Die haben uns jetzt bestimmt irgendeinen Chip eingeimpft. Ich als Twi'lek weiß, wie leicht man versklavt wird. Ja, ja. Du vor allem. Ja, ich als Twi'lek schon. Weißt du gar nicht, wo ich herkomm. Na, ja. Ich komm von den Sklavenlagern auf Lulus. Auf Lulus. Ja. Das ist eine geheime imperiale Welt. Deswegen wollte ich den Moff da vorhin köten. Köten. Köten wollte ich ihn. Voll köten. Nimmst du die Kiste und ich nehm den Arbeiter. Und sie hat noch... Ich wusste ich über dir. Auch wenn du nie gerammt bist. Zu der Kiste. Ach, zur anderen Kiste. Ich dachte, das war gemein. Nee. Vergiss nicht, den Arbeiter zu impfen. Ach, wir müssen... Ach, die... Den Arbeiter da oben. Wo ist denn da ein Arbeiter? Och, Junge. Ach, da. Den sehe ich aus der Entfernung sogar. Ach, wir müssen die impfen. Ich dachte, wir wurden geimpft. Ja, der Bonus ist aber, dass wir auch die anderen impfen. Ach so. Das ist quasi so ein Impfmobil, machen wir hier gerade. Genau. Genau. Nice. Wie denn? Diese... Dieser... Dieser... Dieser Impfzwang hier. Impf den Arbeiter. Da ist schon autoritär von dir. Ja. Genau. Genau, du tötest und ich heile. Impfe. Bist ja auch der Arzt der Gruppe. Genau. Der Arzt, dem die Leute vertrauen. Heilpraktiker. Oh, ich war zu spät. Da schieben sie sich die zwei Knüppel, die rein. Hier kriegst du gar noch ein Schild. Nice. Ein Schild für die Demo. Hier kriegst du ein Schild. Ich wollte aber einen Transpie. Geht nicht. Gibt es nicht. Mann. Das hätten die Kinder im Kindergarten kunterbunt malen können. So, jeder weitere kann leider nicht mehr gehalt werden. Tja. Zurecht. Ah, da kommt was. Hübsch. Greif vielleicht mal an. Du faules Stück. Wer zu viel verlangt. Habi. Übermittler die Speicherkern-Daten. Ja, müssen wir überhaupt noch weiter? Ja, ja. Das ist ja nur ein Nebendingsbums. Tödelzutz. Wir müssen ja Proga noch finden. Äh. Ich bin ausgerutscht wie beim... Oh, ey. Ich bin wirklich mit der Maus ausgerutscht. Und hab da oben hingeklebt. Ich glaube, im Video sieht man das sehr gut. Ich könnte sich auch mal mit der Guck, weil ich wirklich mit der Maus so hochgerutscht bin. Oh, es riecht hier, was riecht hier nach Hütchen. Ihr bekommt eine kleine Pause, Hütte. Wir haben Besucher. Major, bitte begrüßt unsere Gäste. Da drinnen sind wir Profis. Im Synchronblaster wegstehen. Äh. Wie konntet ihr euch gegen die Republik wenden? Was hat das Imperium euch versprochen? Die Republik ist krank. Unentschlossene Schwachköpfe wie Corwin sind General, während Leute der Tat übergangen werden. Trotz all meiner Talente und Dienstjahre wäre ich in der Republik als Major gestorben. Das Imperium gibt mir eine ganze Flotte. Ihr habt für eine Beförderung die Männer verraten, die unter euch dienten und ihren Tod in Kauf genommen? Was ist los mit euch? Stimmt, das Leben ist ungerecht. Unschuldige Leiden und so weiter und so fort. Sind wir jetzt damit fertig, sinnlose moralische Entrüstung auszudrücken? Ich mag ihn. Was ist jetzt? Das ist ein bisschen rot im Gesicht. Das war pures Queschgift. Tötet sie, dann bekommt ihr das Gegenmittel. Scheitert und ihr sterbt. Bringen wir es zu Ende. Ich renne nicht mal einen Goldstern. Oh, hast du dich verliebt? Mein Goldstern. Wo geh ich denn hin? Also wir müssen den Hutten ja rausfahren. Hahaha. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich hätte ihnen nicht trauen dürfen. Bitte vergib mir. Ihr kommt vor ein Kriegsverfahren. Wieso immer ich? Warum darf ich nie was sagen? Du hast bei dem anderen Gespräch gerade dominiert. Ja, aber nie bei Entscheidungen über Hell und Drücke. Ist doch schrecklich. Weiß das Imperium jetzt, wie man das Queschgift verarbeitet? Zum Glück gibt es keine Videoaufnahmen in Echtzeit. Hm. Oh, hm. Danke nochmal. Für alles. Ja, das schaffen wir jetzt auch noch. Ja. Und dann gehen wir weiter auf unser Schiff und machen uns bereit, nach Hoffzureisen. Eine neue Hoffnung. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, ja. Hört sich doch kein Schwarz wert an. Hm. Ich weiß es jetzt. Ja, du und die Zuschauer. Ja, egal. Ja, egal. Scheiß. Na ja. Dann sind wir halt hoffnungslos verstrickt oder sowas. Keine Ahnung. Findet sich schon ein anderes Wort. Ein anderer Wortswitz. Stay tuned. Ich habe bereits mit Broga gesprochen. Guck mal, die Erinnerungsrichtung von Ortmaterie mitgenommen. Und die Drahtzieher des Imperiums eliminiert. Ich habe einen Trupp losgeschickt, der Major Trieken gewahrsam nimmt. Er wird für seine Taten zur Beantwortung gezogen. Die republikanische Armee ist euch sehr zu Dank verpflichtet. Ist der Krieg hier jetzt vorbei? So richtig naiv. Ist es jetzt vorbei mit dem Stern? Es war eine Ehre für mich. Selbst davon jetzt. Oh mein Gott. Wir können uns versichern, die Ehre ist ganz meinerseits. Es wird eine Weile dauern, bis wir die restlichen imperialen Truppen finden und besiegen. Solange wir hier sind, wird man euch verehren und willkommen heißen. Verehrung ist gut. Habe ich dabei. Ein bisschen Verehrung schadet nie. Von Ehrungen und Währungen. So, ich geh dann mal auf mein Schiff, bevor es auch schlimmer wird. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei der vorletzten Folge dieses Jahr. In der wir zum Glück noch von Quash runterkommen und jetzt auch der Jahreszeit entsprechend auf Hoff bald ankommen werden. So, praktisch im Sommer waren wir auf Tatooine. Im Winter sind wir auf Hoff. Oh ja. Ist doch wunderschön. Ähm, dann würde ich sagen, danke, 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 danke. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, wird es wahrscheinlich nicht, aber. Let it be heiß, let it be heiß, wie every winter letzte Jahre. Äh. Dann, ähm, obwohl jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich wieder nach Bamberg muss, früh um acht oder so. Dass es nicht so gut schneit. Äh, gut. Anderes Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und wir hoffen, wir sehen uns beim großen Finale des Jahres. Nicht das Let's Plays. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Und ciao. Tschüss.